Was ist das Problem? So würde ich sagen, es kommt vor allem auf den Ortsteig. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Das Problem ist, dass wir schon in der Region an den Ort haben. Und das System implementiert haben. Das heißt, das hat auch gehört, dass wir skalieren. Was ist das Problem? Wir haben angefangen, was gut in der Plattformen zu haben. Auch wenn die natürlich extrem in den Schuss verlassen. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber damals haben die auch schon 7 oder 8 Prozent. Aber es war cool, weil wir konnten das alles selber beanstalten. Dann Crowdinvesting hatten wir auch noch über den Plattformen gemacht, wie das Sie das damals. Und dann aber 2019 mit der großen Partnerin. Und dann haben wir auch noch mit der Rundsprecher. Ja, durch die Rundsprecher. Dann haben wir nur einen kurzen Platz für die Rundsprecher. Weiter geht es um 4.000 Semester. Abschluss geht es um die Rundsprecher ohne die Rundsprecher. Die Säge sind zusammen uns nicht unterbrechen. Vielen Dank. Musik Das war's für heute. Das war's für heute.